Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Lien. Und ja, ich hatte jetzt eigentlich mit euch geplant, die nächste Deckformel anzugehen, so dass wir von jeder Klasse, beziehungsweise von jedem Helden, muss man ja sagen, die neue Deckformel hier, wie es immer hier als drittes gibt, mal durchgekaut haben. Jedoch habe ich das Problem, dass ich jetzt eigentlich mit dem Schurken weitermachen müssten sollte, wie auch immer, um einigermaßen in der Reihe zu bleiben. Jetzt habe ich aber das Problem, wie gesagt, dass mir hier sauviele Karten fehlen. Und ich meine, das macht dann mittlerweile, das macht dann auch keinen Sinn mehr. Wenn man hier so ein Todesröscheldeck hat und einem fehlen die Schlüsselkarten, um das Deck brauchbar zu machen, dann braucht man das gar nicht probieren. Deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt, und zwar würde ich gerne ein Deck selber bauen. Jetzt habe ich natürlich mit dem Priester die meisten Karten abgesahnt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der super Priester-Fan, aber ich kann ja mal kurz in der Sammlung zeigen, die alten Götter herstellen. Das Ding ist, dass ich vom Priester momentan am meisten bekommen habe. Und gerade für Magier wäre halt cool gewesen hier, er erhalte drei zufällige Zauber und so weiter und so fort. Ja, was soll ich sagen, wir könnten natürlich auch ein Paladin-Deck selber bauen. Aber mit dem Raggi, der einen hielt, ist fraglich, ne? Ist fraglich, ob das so erfolgreich wäre. Ja, wie gesagt, Priester haben wir verdammt viel gekriegt. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon hier die Legendary bekommen haben, hier den Herald irgendwas, ne? Warum baue ich da nicht ein Deck, auf den basierend? Ruft eine Kopie 1-1 von jedem eurer anderen Diener herbei. Vielleicht, ne? Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Kann ich die hier noch mit schön einbauen? Ich weiß es nicht. Ah, Schurke. Ja, ich hoffe, ihr hört das nicht. Meine Nachbarn, die feiern heute. Wie jeden Tag. Extrem laute Mucke, aber ich glaube, man hört das nicht im Video. Aber mich nervt es. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich baue jetzt mal ein eigenes Priester-Deck. Eigentlich sick. Ähm, wählen. Zweimal die. Tu das ruhig schon, kopiere deine Karte aus dem Deck auf das Gegner. So. Jedes Mal, wenn ich... Ich kann das natürlich auch so ein bisschen Kasun-mäßig aufbauen, ne? Warum nicht? Äh, alle Diener mit zwei. Oder weniger Angriff. Ich verbläge die wieder hier. So. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich, So, Kassun. Kassun Buffer, dann haben wir den, das, und dann brauche ich jetzt noch hier Shunner Korden, das hier, das hier. Das ist nicht einfach, das ist echt nicht einfach. So, das ist nicht einfach. So, ja, das ist einfach. So, das ist einfach. Theorie und Praxis, ne, da hat man eine coole Idee und dann stellt man fest, da so cool ist das doch nicht irgendwie. Jetzt ist das schon fast so ähnlich wie das andere Kassun Deck. Natürlich auch nicht Sinn der Sache. Auf jeden Fall auch nicht so einfach aus dem hier was zu machen. Ich glaube, ich mach Ispac. Nicht einfach, nicht einfach, den Chromagus noch ein. Ach, schauen wir mal. In erster Linie ist das ja sowieso, äh, ein bisschen zum Ausprobieren. Und, äh, schauen wir mal. Chromagus könnte auch ganz cool sein, wenn man so eine Karte kopiert, ne? Vielleicht sogar den Kassun oder... Mal gucken. Mal gucken. Иwork... ... Unduin gegen... ... Leute, was war das denn? Ich glaube, da ist der Alex in meinen Channel gejoint. Ich muss ihm gerade mal schreiben, ob der das war. Was er mich gleich nicht stört, alles klar, dann machen wir mal hier Coinen und Dings da. Ich habe mich übelst erschrocken, ey. Okay, der wird wahrscheinlich auch ein Cazoon. Cazoon-Druide. Cazoon-Druide ist auch extrem stark, ne? Er kommt! Das klappt ja schon wieder gar nicht. Er kommt! Kennt ihr den geheimen Händedruck? Klappt super, habe ich gehört. Klappt ja super! Oh mein Gott, gegen Cazoon-Druide ist echt hart. Also Cazoon-Druide ist echt stark, ne? Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Boah, was? Ja, genau, hau drauf, Junge. Oh mein Gott. Ja, jetzt kann ich direkt beide Schattenbord tot ausgeben, weil ich sonst ja nicht tot bin, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war eure Schuld. Okay, äh... Falsch! Ich lade mich an dich. Boah, ich krieg's so auf den Sack hier gerade. Ich lade mich an dich. So, Kato, Kato, Kato. Eure Diener halten euch für schwach. Hoffentlich kann ich hiermit das Comeback Real machen. Wollen wir mal sehen. Shishi! GG! Gut gespielt. Aber mich interessiert trotzdem, was hier rauskommt. Gut gespielt. Ihr habt dich besiegt. Ach, Ärgernis. Boah, die übertreiben aber auch, ey. Junge, Junge. Übelst hart laut. Ich habe mein Mikrofon auf super empfindlich gestellt. Das heißt, nur die Sachen, die direkt ins Mikrofon gesprochen werden, die kommen an bei euch. Mal gucken, vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück. Harun ruft mich. Oha. Sofort. Oh Gott. Sieht ganz deiner aus, als werde ich hier kaputtgerascht. Oh Gott. Das ist natürlich geil. Heilige Nova für den nächsten Turn. Nice, nice. Ja, leg das Board voll. Ja, mehr bitte. Und nicht traden. Schön Face gehen, Junge. Geh schön Face. Wie sich das gehört. Komm, geh Face. Face, 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 Face. Nein, Face. Ja, ja, ja. Schön. Sehr, sehr schön. Schön. Oh Gott. Oh, mehr Riese. Okay. Jetzt hat er jetzt Angst vor. Nein, der Kassun wird immer dicker. Dick. Dicker Kassun. Schattenwort. Dodelig. Ein neues Einzett. Natürlich auch geil. Ich glaube, so lange warte ich noch. Neun Mana. Damit er auch nicht stirbt. Dass ich da schön noch eine Karte von duplizieren kann. So habe ich mir erst gedacht. Ja, schon dabei. Ein neues Rezept. Das war's. Ich hätte einen perfekten 9 Mana und 10 Mana-Sucht gehabt. Schade. 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 Ich dachte, das Tacho. Oh ja, eine können wir noch. Eine Runde können wir noch machen. Ich glaube, da war jetzt auch ein Lose und ein Win oder so. Und vorher das Deck selber gebaut. So einigermaßen. Wobei das sich auch nicht so großartig unterscheidet von dem Standard-Kassun-Deck. Deswegen verzeiht mir da das kreative Loch. Ich könnte natürlich auch nur Diener einbauen, die für sich selber cool wären. Auch wenn die 1-1 haben, wie den hier vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Spartan War. Hallo. So. Ich meine, letztendlich, ne? Ihr kennt mich ja. Ich bin ja eh viel am rum-experimentieren und am ausprobieren. Und dementsprechend werde ich da mit Sicherheit noch viel rumprobieren, was eigentlich jetzt nicht so sinnvoll ist. Mal gucken. Sauerei. Ja. So. So. Seid gegrüßt. Großartig Großartig Kann mich auch so schlecht konzentrieren echt krass wie laut die das Eine schwere Wahl Nicht mit mir Aber der macht mich gut fertig der Typ ne kann man sagen Das kann man so festhalten Ich kann nichts tun, gar nichts Seid ihr höchstens Jetzt bin ich nicht mehr einsam Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Jaa, hm, hoffentlich spielt der jetzt nichts allzu krasses aus. Okay, soviel dazu. Ja, nice. Pff, ich weiß es doch auch nicht. Ich labe mich auch nicht. Geht schreiend. Eine schwere Wahl. Wow. Ah. Pace, oh god. Nice. Oh god. Oh my gosh. Ich bin tot. So oder so. Aber die ist drinnen nicht mehr. Noi. Euer Albtraum beginnt. Grüße. Gut gespielt. Eilt tritt. Eilt tritt, guys. Was soll ich sagen. Gern mit Feuer. Gleichheit. Ja, geil. Okay. Ja, gut. Dann hoffe ich euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen. Vielleicht mache ich jetzt mal ein kreatives Päuschen und mir fällt was cooleres ein. Ähm. Okay. Bis denn. Ach, genau. Ich wollte euch ja noch das Deck zeigen nochmal. Also wie gesagt, so viel anders war das jetzt auch nicht leider. Ich muss mir da mal ein bisschen mehr überlegen. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich würde noch mal auf der Zwischenpläne als hier Earth kommen und machen.